Im Video beschäftigen wir uns mit HTTP-Cookies. Cookies sind Schlüsselwertbare, die im Webbrowser zu einer Webseite gespeichert werden. Das HTTP-Protokoll ist ja zustandslos. Das heißt, es können keine Zustandsinformationen am Server oder Client gespeichert werden, nur durch das HTTP-Protokoll alleine. Und deshalb wurden eben diese Cookies eingeführt. Mit Cookies werden generell drei Szenarien bearbeitet. Einerseits das sogenannte Session-Management. Das findet man in Shopping-Cards zur Authentifizierung. Die Personalisierung, das wäre zum Beispiel die Sprachwahl oder die Währungswahl in einer Webseite oder in einem Online-Shop. Und zum Tracking. Da gibt es zum Beispiel Google Analytics oder AB-Testing, um zwei verschiedene Versionen einer Webseite zu testen. Generell ist es so, dass Cookies vom Web-Server initiiert am Client oder am Webbrowser gespeichert werden. Es ist natürlich auch möglich, dass Cookies über JavaScript im Webbrowser erzeugt werden. Blicken wir zuerst auf die Möglichkeit, HTTP-Cookies vom Server initiiert zu erzeugen. Es gibt das Set-Cookies, HTTP-Header, das im HTTP-Response vom Server angegeben wird. Und dieser Header bewirkt, dass im Webbrowser ein neues Cookie erzeugt wird. Falls diese neuen Cookies im Webbrowser erzeugt wurden, bzw. auch bestehende Cookies, können diese über den Cookie-Header an den Server gesendet werden. Hier am Beispiel ein HTTP-Response, in dem ein Server über die zweifache Anführung eines Set-Cookie-Headers zwei Cookies, einerseits dieses MyCookie und andererseits dieses MyOtherCookie, im Client erzeugt. Falls der Webbrowser eben diese beiden Cookies bei sich gespeichert hat, würde er sie zum Aufruf der entsprechenden Domain, hier im Beispiel example.org, jedes Mal an den Server mitsenden. Das heißt, diese beiden Cookies, MyCookie und MyOtherCookie, würden in jedem Request, den der Client an den Server sendet, mitgesendet. Cookies sind generell eben diese Schlüsselwertbare, die eben Zustandsinformationen zu einer Website speichern können. Neben diesen Schlüsselwertbar-Rohdaten gibt es eben auch noch Konfigurationsparameter, die zusätzlich zum Cookie angegeben werden. Das heißt, einerseits gibt es den Parameter expires, das bedeutet, oder beziehungsweise mit dem kann man steuern, wie lange ein Cookie gültig ist. Das ist, dieser expires benötigt als Angabe ein Datum, das heißt, bis zu diesem Datum ist das Cookie gültig. Das Max-H-Attribut kann verwendet werden, um eine Ablaufzeit in Sekunden anzugeben. Das bedeutet, hier könnte man sagen, dieses Cookie ist für 1000 Sekunden gültig. Falls beide expires und Max-H angegeben sind, würde Max-H vom Browser verwendet und würde expires überschreiben. Dann gibt es die Möglichkeit, eine Domain anzugeben. Das bedeutet, man kann einschränken, ob ein Cookie nur für bestimmte Subdomains einer Domain verwendet werden soll. Dann gibt es noch den Path. Das heißt, man kann damit einschränken, für welche Pfade in einer Website dieses Cookie gültig ist. Man könnte zum Beispiel nur für die Seite Card dieses Cookie verwenden. Bei allen anderen Seiten würde das Cookie dann nicht gültig sein. Ein weiterer wichtiger Parameter ist das Secure-Parameter. Dieser gibt an, ob dieses Cookie nur über HTTPS übertragen wird oder nicht. Das heißt, der Client würde das Cookie an den Server nur zurücksenden, wenn HTTPS verwendet wird. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist noch HTTP-Only. Dies bedeutet, dass ein Cookie nicht über JavaScript in einer clientseitigen Web-Anwendung manipuliert werden kann. Das heißt, nur am Server kann dieses Cookie erzeugt und, wenn möglich, manipuliert werden, aber nicht am Client. Hier unten sieht man noch ein Beispiel für einerseits diese HTTP-Response-Header, die verwendet werden können, um eben diese Konfigurationen am Cookie vorzunehmen. Das kann entweder Zeile für Zeile passieren. Das hat den Nachteil, dass eben dieser Key-Value, Cookie-Name und Value für jeden Header angegeben werden muss, damit die Zuordnung zum Konfigurationsparameter funktioniert. Natürlich kann man eben auch mehrere Konfigurationen in einem Header zusammenführen, wie am unteren Beispiel ersichtlich. Wie bereits erwähnt, können Cookies auch im Webbrowser manipuliert werden, beziehungsweise erzeugt werden. Das heißt, es gibt eine JavaScript-API, die eben verwendet werden kann, um Cookies zu lesen oder Cookies zu manipulieren. Das Cookie-Objekt ist Teil des DOM-Dokuments. Das heißt, das ist ein JavaScript-Objekt, das eben am Document-Objekt hängt. Dieses Cookie-Objekt kann gelesen werden. Letztlich ist dies ein String mit allen Schlüsselwertbaren, die für diese Domain als Cookie angelegt wurden. Diese muss man, wenn man sie verwenden will im Client, auch parsen, selbst in der Applikation. Es gibt hier keine einfache API, um eben die einzelnen Cookies abzufragen. Hier bekommt man nur einen String. Dieser muss in der Applikation selbst geparst werden. Zum Erzeugen neuer Cookies kann man auch dieses Cookie-Objekt verwenden und macht einfach eine Zuweisung. Dabei ist ein wenig eine eigenartige API. Das heißt, wenn man mehrere Cookies erzeugen will, kann man dieses Cookie-Objekt mehrmals zuweisen. Ein wichtiger Aspekt, für die Cookies verwendet werden, sind eben diese Sessions. Dabei ist es so, dass am Server ein sogenannter Session-Storage erzeugt wird. Das ist ähnlich wie der Cookie-Store im Client nichts anderes als ein Schlüsselwert-Speicher. Hier ist es jedoch so, dass dieser Schlüsselwert-Speicher, dieser Session, nur am Server vorherrscht und niemals an den Client kommuniziert wird. Es ist so, dass bei der Initierung dieser Session am Server ein Session-Cookie erzeugt wird. Am Beispiel BHB heißt dieses Session-Cookie BHB-Session. Dazu wird eine Zufallszahl erzeugt, die eindeutig und nicht von anderen erratbar ist über irgendeine Möglichkeit, damit die Sicherheit dieser Session auch gewährleistet ist. Dieses Session-Cookie wird eben initiiert am Web-Server und an den Client gesendet. Der Web-Browser sendet bei jedem folgenden HTTP-Request eben diese Session-Cookie an den Server. Dadurch kann eben der Server die zugehörige Session zu diesem Session-Cookie identifizieren. Das heißt, in der Server-Applikation liegt ein Schlüsselwert-Speicher vor, der eben über diesen Session-Identifier identifiziert wird. Wichtig dabei ist aber, es kann natürlich jederzeit entweder der User selbst oder über ein JavaScript-Programm das Cookie im Client manipuliert oder gelöscht werden. Falls dies passiert und diese Session-ID quasi nicht mehr in jedem HTTP-Request vom Client an den Server gesendet wird, kann am Server auch diese Zuordnung zur entsprechenden Session nicht mehr stattfinden. Das heißt, man sollte sich sehr gut überlegen, welche Daten man in so einer Session speichert. Es sollten auf jeden Fall solche Daten sein, die nicht von größter Wichtigkeit für die Applikation sind. Wie zum Beispiel eben ein Shopping-Card. Wenn jetzt der User aus irgendeinem Grund die Cookies in seinem Browser löscht, würde das bedeuten, dass der Shopping-Card vielleicht nicht mehr die entsprechenden Produkte drinnen hat, die der User dort hineingefüllt hat. Dies ist dann wahrscheinlich auch nicht so schlimm und der User kann das wieder über die Applikation befüllen. Bei anderen Aspekten, die eben von größerer Wichtigkeit sind, sollte man also nicht Sessions verwenden, sondern die Daten in einer Datenbank speichern. Fassen wir zusammen. Cookies sind eben Schlüsselwertpaare, die Zustandsinformationen zur HTTP-Kommunikation zwischen Client und Server speichern können. Cookies werden meist vom Server initiiert, über diesen Set-Cookie-Header und dann werden die Cookies im Webbrowser gespeichert. Und der Webbrowser sendet die Cookies bei jedem HTTP-Request an den Server. Diese Cookies sind parametrisierbar. Zum Beispiel haben wir die Secure-Eigenschaft, die bestimmt, ob ein Cookie nur über HTTPS gesendet werden soll oder nicht. Und ein wichtiger Anwendungsbereich dieser Cookies sind eben die serverseitigen Sessions. Diese werden eben mit Cookies realisiert. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.